In diesem Film sehen Sie, wie Sie die Trennung von Kompressor und Antriebseinheit am Kupplungskompressor MAN vornehmen. In diesem Film wird nur die Trennung und Wiedervereinigung der Antriebseinheit vom Kompressor gezeigt. Das dafür nötige Entfernen und Wiederanbringen des Magnetventils wird in einem anderen Film gezeigt. Lösen Sie alle drei Befestigungsschrauben mit einer 16er Stecknuss. Heben Sie die Kompressor-Einheit vorsichtig von der Antriebseinheit ab. Entfernen Sie die beiden O-Ringe aus der Kompressor-Einheit und der Antriebseinheit. Markieren Sie die Einbaulage der Lamellenkupplung und der Glockenverzahnung. Markieren Sie hier die Position, in der sich die Verzahnung befand. Ölen Sie beide O-Ringe mit Motoröl und montieren Sie diese auf der Kompressor bzw. der Antriebseinheit. Setzen Sie den Kompressor mit der montierten Kupplungseinheit vorsichtig auf die Glockenverzahnung auf. Achten Sie darauf, die Lamellenverzahnung in die unmarkierte Position der Glockenverzahnung zu setzen. Setzen Sie den Kompressor ohne Drehbewegungen und möglichst gerade auf, um den O-Ring nicht zu verschieben oder zu verrutschen. Drehen Sie die Befestigungsschrauben per Hand ein. Ziehen Sie die Schrauben mit einer 16er Stecknuss und einem Drehmoment von 50 Newtonmetern an. Der Einbau des Magnetventils wird in einem separaten Film gezeigt. Die Schrauben mit einer 16er Stecknuss und einem Drehmoment von 50 Newtonmetern an.